also moin leute also jeder schnappt sich jetzt viel Gold jeder schnappt sich viel Gold aus der Kiste also du sagst jetzt hier Gold und mit dem Gold kannst du raus und dann baust du Kisten und mit den gebauten Kisten äh äh ne Dinge Rücken hab ich bei Tino gesehen kannst du hier Dinge tun genau also moin leute willkommen auf meinem Kanal es wurde grad schön erklärt von Luke das Prinzip ist und du kannst hier Ding upgraden genau auch mit Gold ich upgrade einfach nur irgendwas ne wir müssen die Mitte einnehmen leute wie geht das? äh du wirfst Gold auf den Block wie geht das? du drückst Kuh wie geht das? ich baue erstmal unsere Brücken aus weil ich zu dumm bin man kann richtig geil Kuh gedrückt halten dann droppt man richtig geil schnell wo ist denn der hallo? der ist hier der ist tot der ist tot ich versteh es nicht Paolo 5 wurde in die Luft gespringt ja ich hab mich selber in die Luft gespringt warum lest eigentlich Paolo ich hab mich selber in die Luft gespringt Paul klug klug du bist klug und nicht klug und nicht klug weil der ein Sammler was macht der so? der sammelt der zungert für hundert Zeugs gut geschaffen der hat nichts gebracht ist der Chomchop am Axtlevel? ich würde mal gerne in die Brücke in das Ding reingehen hier vom Gegner ja ja Achtung das war aus Versehen nicht das war aus Versehen nicht rein rein komm Dino geht vor hä? rein Jolga ich bin drin in der Burg von denen ähm ich hatte grad eine riesen Fehlermeldung und ich bin grad rausgeflogen ja das ist Timoja Müll ich hab dich ich hab dich du kannst glaub ich reconnecten jaja ich bin wieder da aber was war denn das jetzt? ups ich hab also nicht meine Brücke gespringt ja ich 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 hab auch das hinter den Turm gespringt nicht reparieren so ich mach mich raus aus der Base von denen hilft mir ja ich helf dir ich hab die mittlere Brücke geupgradet und jetzt mach ich hier noch so ein bisschen jetzt hab ich ein Timeout bekommen ach ein Timeout zu tot es kann sein dass das so war Timeout Och Mann das war geil wir sind alle alten Fründe weg ich hab jetzt hier den komischen Banner glaub ich ja los rennt zu uns rennt zu uns und dann hoch und dann da oben den Banner hin ne? ja ja oben bei uns in die Base also ich bin hin und Tino Tino und ich komm sehr gut Paul ich beschütz dich Paul wie leicht ist was Junge du schaffst was in der Leben du hast es gebracht Junge Alter Paul ich beschütz dich ich will ein Kind von dir ich will ein Kind von dir Wofür ist der Schleimblock? ne dann wenn du von ganz oben runterspringen willst ich beschütz dich ich beschütz dich du bring jetzt den Banner hoch und gib uns den Punkt Alter Paul wie viele Punkte brauchen wir? tausend wenn ich was ich hab ganz viele Pixel bekommen hast du? das ist schön ne hab nur so getan dann ist es ja gut oh ich hab den können wir mal unsere Burg upgraden oder ist die egal? äh mach ich ja hauptsache ich kann auch Sachen zerstören lol wir leben nur noch 15 Minuten Sekunden Ja Leute nächste Runde so Leute jetzt gehts los ach ne, ich hab Chilischotten als Gleitmittel benutzt war nicht so ne gute Idee ach so ich dachte ich hab ich dachte als große Chilischotten in den Arsch gesteckt in den Arsch gesteckt ja, das auch ihr leckt bei mir alle ein bisschen ja ich lecke auch ne ich lecke keine Chilischotten nicht? wen leckst du dann? Buschis so Ralf ich geh mit dir vermitteln Leckt ein bisschen an mir alle Muschis Ich bin auch da, ich baue Türme! Ja, wir müssen aber die Mitte einnehmen. Ja, ich hätte aber lieber Türme. Ralf, gib mal ein bisschen Gold, damit ich eine Mitte kann. Ralf, gib jetzt! Nein, nicht da hin! Ralf, ich brauche! Ralf, dumm! Bau aber trotzdem meinen Turm fertig, danke! Gut. Nein, da fehlt Gold! IN THE WOHLIGEN! Kannst du mal bitte hier die Brücke bauen? Komm zu dir, Tino! Ich rette dich! Ich auch, ich komme auch! Ich bin der Engel! Was geht denn bei euch, dass ihr alle kommt? In the middle of the life! Was? Wo sind die Kisten? Haben die die Kisten jetzt schon eingesammelt? Ich nicht, ich frage mich! Paul, warum? Hast du jetzt selber Gold? Ja! Ralf, hier unten! Hier unten gibt's Händler, da kannst du ja essen! Paul, das soll jetzt aufhören, die Türme zu zerstören! Es leckt! Sehr gut! Ich hab essen, ich hab essen, ich hab essen! Ich hab essen, wollen wir? Du hast den Turm auf Ralf geschossen! Du hast den Turm auf Ralf geschossen, das ist sehr schön! Ich bin klug! Soll ich mal, ich hab die Redstom verklappt? Oh! Zugriff! Hast du das gesehen? Ich bin auch reingefallen! Paul, meh mein Nervig! Du bist auch reingefallen? Okay! Also ich geb Paul die Schuld! Ich geb Paul die Schuld! 10 Minuten haben wir eh gewonnen! Wo seid ihr drauf reingefallen? Hä? Was hab ich dran schuld wo? Ja, du schießt die ganze Zeit die Brücken kaputt! Ich schieße überhaupt keine Brücken kaputt! Und ich hab eine Brücke zerschossen! Ja! Das war eine Brücke zu viel, Jure! Genau in diese Brücke sind wir jetzt reingelaufen! Ja! Sag ich dir schon die ganze Zeit! Ihr müsst richtige Brücken bauen! Ich bin gereckt! Ja! Warum bist du jetzt offline? Weil ich rausgeflogen bin! Oh Gott sei Dank! Timolia, Dankeschön! Da bin ich wieder! Scheiße! Band ihn! Warum hab ich eigentlich keine Rüstung? Das frag ich mich auch! Ich wollt eigentlich noch ein paar... Band ihn! Bevor er Eier legt! Aber eigentlich wollte ich jetzt noch ein paar Kills machen! Wann? Paul macht weiter! Womit? Ich schieße auf die Gegner! Ja! Siehst du mich als Gegner oder was? Ich habe nicht auf dich geschossen! Doch! Wann? Eben! Gleich! Jetzt! Eben gleich jetzt? Vor zwei Sekunden! Genau! Alter! Man kann ja Leute wegen Dings nicht spannen! Wegen äh reporten! Wegen... Wegen Troting! Das geht nicht! Ich wollte das eigentlich Paul reporten! Nein! Du lässt das in Ruhe! Tschüss Paul! Mein Gott! Du lässt das aber Paul in Ruhe! Verteidigungsskelette ist nicht fest! Oder Streitort! Es geht nichts über Verteidigungsskelette, okay? Achtung! Ferse funktionieren in der Minecraft-Version und höher nicht richtig! Tino, ich bin hinter dir! Ja, dann kaufe ich mir jetzt einen Zauberspruch! Alter Mann, Paul! Du Spacko! Für 500! Der Typ hat ja noch richtig viel Gold! Ein Verwandter des Babelfischs! Sichert deine Items, wenn du störst! Babel! Zauber Spruch! Zauber Spruch! Wirkt sich auf Mops aus! Einmalig! Soll ich den mal nehmen? Mach mal! Was macht nö! Weiß ich nicht! Zauber Spruch! Jetzt den nächsten Turm! Jo! Ich bin hinter dir! Mein Baguette! Mein Baguette! Das hab ich schon gegessen! Eila! Paul du! Ne! Wer bist du denn? Tino! Wieso? Was ist damit? Hat die Mutti irgendwas gesagt, wenn man da oben ist? Ne! Hier hat die Huss kaputt! Für den geilen Baguette, Alter! Äh, Tino ist kaputt! Tino ist kaputt! Tino ist put! Kann jemanden Tino reparieren? Ich versteh das Spiel nicht! Das ist immer eine sehr gute Voraussetzung! Ja, warum ist jetzt niemand mehr da und wir haben nicht gewonnen? Ja, weil wir noch die ganzen Flaggen einsammeln müssen! Oh! Das ist doch so ein Müll! Wo ist jetzt noch eine? Ich hab noch eine! Ich trage gerade eine rum! Seht doch da bei Grün! Grün müsst ihr auch noch! Von Grün braucht ihr noch die Flagge! Ja, ich renne schnell rüber! Ja, ich kann mir auch einfach ein Jackpack kaufen! Aber egal! 5 Minuten sind wir eh! Grün ist ausgeschieden! Krass! Toll! Cool! Wir haben gewonnen! Ja, okay! Meine Flagge kann ich nicht mehr fließen! Ich bin nicht geistert! Haben wir gewonnen? Ja! Weiß ich nicht! Die Worte ist ausgeschieden! Da haben wir Hammer gewonnen! Ist das krass! Richtig cool, Alter! Junge, die baggen leicht! Das ist ja auch! Galles Spiel! So Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über die Daumen freuen! Lasst gerne ein Abo da! Bis zum nächsten Mal! Schau Leute! Till dann! x what ich